So Leute, was geht ab und willkommen zu Tor Nummer 5 von Tor des Monats. Ich habe es euch ja angekündigt, dass die letzte Folge heute kommt und ja, ich werde das jetzt bis, also ein, zwei Wochen laufen lassen und werde dann nochmal alle in einem Video zusammenschneiden und am Ende, wie auch schon im März das war, zusammenfassen, wer dann die meisten Aufruf hatte und damit das Tor des Monats sozusagen hatte. Tor Nummer 5 war von Konstantin Rausch, das wollte ich nur noch sagen, mir wurde nämlich gesagt, dass meine Infos zu lang sind, deswegen versuche ich das jetzt ein bisschen kürzer zu halten, deswegen lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das Tor wie immer hier nach, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss. Nicht mit, Kocke. Der ist jetzt mal ein Zeichen. Hä? Achso, Alter, ich wollte gerade sagen. Was war das denn? Ich habe erst gedacht, der geht, ich habe erst gedacht, der ist drin und zählt nicht. So einen Clitch gab es ja auch schon mal. Ja, so kann man das Spiel auch mal gut starten.